Wandel der Kommunikationslandschaft, Wandel der PR, neue Herausforderungen für Kommunikationsagenturen. Unter diesem Titel haben die Gesellschaft Public Relations Agenturen GPAA und die Universität Leipzig in einer breit angelegten Studie sechs Thesen für die gegenwartsorientierte PR der Google-Gesellschaft aufgezeigt. Sie lauten, Trendscout und Lotse für den Medienwandel werden, Dialogkompetenz über alle Kanäle ermöglichen, Kompetenzen für Bewegtbild und Face-to-Face-Kommunikation ausbauen, Spezialwissen stärker profilieren, Kommunikations- und Wirkungsketten nachvollziehbar machen, Sparringspartner für Strategie und Kommunikation werden. CMC, Agentur für Kommunikationsmanagement, zählt seit mehr als einem Jahrzehnt zu den Gestaltern, multimedialer Ansprache und Inhalte. Aber CMC ist nicht nur PR-Dienstleister. CMC unterstützt Sales Support, Awareness, Brand Equity und Open Innovation seiner Kunden unternehmerisch aktiv. Wir laden Sie ein, den Fokus Medienwandel in Zukunft gemeinsam mit uns zu setzen. Unser Versprechen? CMC eröffnet den Weg, der Sie am besten zu Ihren Zielgruppen führt. Denn mit jedem Unternehmen, mit jedem Mitarbeiter und mit jedem Produkt ist immer ein individuelles Stück vernetzter Kommunikation verknüpft. Das ist ein, den Fokus Medienwandel in Zukunft. Das ist ein, den Fokus Medienwandel in Zukunft. Vielen Dank.